Herzlich willkommen zur Einbaudokumentation einer Fußbodenheizung in unseren Wohnwagen. Das Grundproblem bestand darin, dass wir selbst bei aufgeheiztem Wohnwagen einen kalten Fußboden und somit kalte Füße hatten. Wie man sieht, liegen die Decken und die Fußbodentemperatur durchaus schon mal mehr als 10 Grad auseinander. Wir stellten uns also die Frage, wie man das optimieren kann. Es gibt unterschiedliche Arten von elektrischen Flächenheizungen. Ich habe mich in meinem Fall für eine flache Heizfolie entschieden. Diese gibt es in unterschiedlichen Spannungsklassen. Wir wählten die 24 Volt Variante. Hier mal exemplarisch die Vor- und Nachteile von drei unterschiedlichen Spannungsklassen. Die erste wäre die 12 Volt Variante, welche über eine Bordbatterie betrieben werden kann, allerdings durch ihre geringe Spannung die gegebenenfalls höheren Ströme zu beachten sind. Diese sind jedoch abhängig von der Folienleistung und Breite. Entscheidet man sich für die Versorgung über die Bordbatterie, ist darauf zu achten, dass diese ausreichend dimensioniert wird und auch regelmäßig durch ein ausreichend großes Ladegerät wieder aufgefrischt wird. Die 24 Volt Variante kann je nach Fahrzeugausführung auch noch über das Bordnetz betrieben werden. Ebenso gilt die 24 Volt als Kleinspannung und somit sichere Spannungsebene. Dadurch, dass die Spannung etwas höher ist als bei der 12 Volt Variante, fallen die Ströme deutlich geringer aus. Wir haben also hier einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Strom. Somit ist es auch möglich, längere Bahnen zu realisieren. Es empfiehlt sich bei der Variante, einen Trafo einzusetzen, der allerdings durch eine Elektrofachkraft angeschlossen werden muss. Die dritte Variante wäre die 230 Volt Variante, welche deutlich günstiger im Anschaffungspreis ist, keinen Trafo erforderlich hat und dann auch noch geringe Ströme aufweist aufgrund der hohen Spannung. Somit sind auch lange Strecken bis zu 12 Meter zu realisieren. Die 230 Volt Variante ist auch ebenso als Rollenware verfügbar. Der Betrieb ist nur möglich mit einem Netzanschluss oder einem angeschlossenen Spannungswandler. Wichtig ist, dass der gesamte Anschluss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt wird. Beginnen wir nun mit den Vorbereitungen für unseren Einbau. Es empfiehlt sich zunächst einen Grundriss der auszulegenden Fläche anzufertigen. Der Grundriss unseres Wohnwagens ist hier zu sehen. Als nächster Schritt wird der Grundriss mit einem Verlegeplan ergänzt. Die Folienheizung gibt es in verschiedenen Flächenleistungen. Empfohlen wird 130 Watt pro Quadratmeter. Um eine möglichst gute Flächenausnutzung zu realisieren, ist eine Information über die erhältlichen Folienbreiten noch interessant. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Folien sich je nach Typ auch zwischen den 25 bzw. 50 cm langen Segmenten trennen lassen. Hierbei sind allerdings die Hinweise des Herstellers zu beachten. Bei der Verlegeplanung bitte darauf achten, dass die Folie nicht unter Standfüßen größer 6 cm Durchmesser verlegt wird. Bereits jetzt empfiehlt sich eine mögliche Positionierung für Thermostat und Trafo bzw. auch die Verlegewege der Anschlusskabel zu berücksichtigen. Wir werden für unseren Wohnwagen vier Heizfolien einsetzen. Die ermittelten Längen gibt man bei der Bestellung gleich mit an und bekommt die Heizfolien bereits konfektioniert geliefert. Es gibt die Möglichkeit unter den Heizfolien eine Heizfilmunterlage zu verlegen. Dies ist 3 mm dick, isoliert zusätzlich und schützt den Boden vor eventueller Verfärbung. Außerdem ist es möglich, in einer Nut die Kabel unterzubringen. Für unsere Verlegung unter dem Teppich kam das nicht in Frage und soll auch hier nur als Beispiel dienen. Beschäftigen wir uns nun mit der theoretischen Auslegung unseres neuen Heizsystems. Aus unserer bisherigen Betrachtung geht ja bereits die Flächenleistung und die Breite und Länge der einzelnen Bahnen hervor. Daraus lässt sich nun die Gesamtleistung der Heizung errechnen, indem wir die Folien Gesamtlänge mit der Breite und der Flächenleistung multiplizieren. Haben wir die Gesamtleistung der Heizung ermittelt, können wir uns im zweiten Schritt für eine Spannungsebene entscheiden. Was man hier schön sieht, ist, dass bei einem 12-Volt-System mit dieser Leistung schon beachtliche Ströme fließen. Eine 70 Amperestunden-Bordbatterie wäre demnach schon nach zwei Stunden Dauerbetrieb der Heizung fast vollständig entleert. Daher entschieden wir uns für eine 24-Volt-Variante, die über einen Trafe versorgt wird. Die Versorgung durch eine Kleinspannung erschien uns als etwas sicherer. Selbstverständlich sind aber auch die 230-Volt-Heizfolien vollständig elektrisch isoliert und somit berührungssicher. Im letzten Schritt galt es nur noch den Transformator festzulegen, dessen Leistungsreserve zwischen 15 und 20 Prozent betragen soll. Die nächsthöhere Leistungsstufe des Transformators war demnach die 600-Watt-Version. Wichtig bei der Auswahl des Transformators ist darauf zu achten, ob er mit einem aktiven Lüfter oder passiver Lüftung ausgestattet ist. Schauen wir uns nun mal die für dieses Projekt relevanten Daten an. Die Heizelemente haben eine Flächenleistung von 130 Watt pro Quadratmeter, sind 0,5 Meter breit und haben eine Gesamtlänge von ca. 6 Metern. Die Gesamtleistung der Heizung ist etwa 380 Watt. Die Heizung wird mit 24 Volt betrieben, welche von einem Transformator mit maximal 600 Watt bereitgestellt werden. Schauen wir uns das Installationsmaterial mal etwas genauer an. Im Lieferumfang des Transformators befindet sich die Sicherheitserklärung des Herstellers und eine viersprachige Bedienungsanleitung. Ebenso liegt im Trafo das Befestigungsmaterial bei. Die äußeren Abmessungen und das Gewicht sind abhängig von der gewählten Leistung. Der Transformator ist gegenüber Temperatur geschützt, dessen Regelelement sieht man auf der linken Seite im weißen Kästchen. Oben befindet sich der gewickelte Ringkern, unten links der 230 Volt Eingang und unten rechts zweimal der 24 Volt Abgang mit jeweils 12,5 Ampere. Der Gehäusedeckel ist mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet. Die Oberseite der Heizfolie ist am Gewebemuster zu erkennen. Dies ist die aktive Fläche, die nachher auch die Temperatur bereitstellt. Auf der Unterseite der Folie ist abwechselnd von rechts und von links jeweils ein Silberstreifen zu erkennen. Diese bringen jeweils den Plus- und Minuspol in die aktive beheizte Fläche. Die Schnittmarkierungen der Folie liegen jeweils 50 cm auseinander. Dennoch ist es möglich, die Heizfolie alle 2,5 cm zwischen den silbernen Streifen zu trennen. Dann ist die Bahn allerdings auf der gesamten Breite zu isolieren. Angeschlossen wird die Heizfolie über 2,5 Meter lange Anschlusskabel, welche bereits mit der Folie verbunden sind. Die Folie hat eine Stärke von ca. 0,4 mm. Die Anschlussstellen sind ca. 4 mm stark. Ein Musterstück der 230 Volt Variante soll hier einmal gezeigt werden. Der Aufbau im Vergleich zur 24 Volt Variante ist ähnlich. Zwingend notwendig bei der Verwendung der 230 Volt Heizung ist die Verwendung eines FI-Schutzschalters. Da der Einsatz eines FIs aber auch ohne den Einsatz einer solchen Heizung lebensrettend sein kann, sollte er bereits vorhanden sein. Der Lieferumfang des Thermostats besteht aus einer Bedienungsanleitung, dem Thermostat selber, einem Bodenfühler und dem Befestigungsmaterial. Der Bodenfühler ist zwingend vorzusehen bei einer solchen Heizung, um die Heizelemente vor Überhitzung zu schützen und die Heizung effektiv betreiben zu können. Am Thermostat kann man über DIP-Schalter noch einige Einstellungen vornehmen, welche wir später noch sehen werden. Auf der Vorderseite des Thermostats befindet sich eine Digitalanzeige, welche die aktuelle Temperatur anzeigt und ein Drehregler für die gewünschte Temperatur einzustellen. Auf der Unterseite befindet sich ein Schalter, mit dem die gesamte Heizung ein- oder ausgeschaltet werden kann. Die Anschlusskabel haben einen Aderquerschnitt von 1,5 mm² und einen Außendurchmesser von 3 mm. Beginnen wir mit dem Verlegen der Heizfolien. Wir bestellten die Heizfolien bewusst ein paar Zentimeter zu lang, da wir sie lieber vor Ort in unserem Wohnwagen kürzen wollten. Haben wir die benötigte Länge ermittelt, muss man nur darauf achten, dass man die Folie zwischen den silbernen Streifen trennt. Die Folie lässt sich mit einer haushaltsüblichen Schere einfach schneiden. Die gekürzte Folie legen wir nun nochmal an ihren finalen Platz, um zu schauen, ob die Länge nun passend ist. Nach dem Kürzen der Folien ist darauf zu achten, ob man sie in der aktiven Fläche oder an den Schnittmarkierungen getrennt hat. An den Schnittmarkierungen ist nur die Kupferfläche zu isolieren, in der aktiven Fläche ist die Folie auf der gesamten Breite zu isolieren, wie hier gezeigt. Für die Verlegung empfiehlt es sich, die bereits ausgelegten Folien leicht mit Tesafilm oder Isolierband auf dem Boden zu fixieren. Das macht die Ausrichtung und Längenbestimmung der nächsten Bahnen einfacher. Mit der zweiten Bahn verfahren wir analog zur ersten. Wir legen sie aus, bestimmen die neue Länge, kürzen sie ein und isolieren sie. Die Verlegung der Folien kann grundsätzlich von jedermann durchgeführt werden. Der Anschluss der 230 Volt Folien und der 230 Volt Komponenten, wie Trafo und Thermostat, müssen allerdings von einem Elektrofachmann vorgenommen werden. Die fertig ausgelegten Heizfolien in unserem Wohnwagen sehen Sie hier. Nach der Verlegung gibt es natürlich die Möglichkeit, die Folien untereinander zu verbinden und auch das gesamte Heizfolienpaket auf dem Boden zu fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern. Nun geht es an die elektrische Installation der einzelnen Bahnen. Wir fassen die drei kurzen Bahnen zusammen in einer Verteilerbox und versorgen sie mit einer zentralen Zuleitung vom Transformator. Ich versorge hier die offenen Kabelenden mit Aderendhülsen. Zu beachten ist noch, dass die Anschlusskabel am Rand der Folien verlegt werden sollen und nicht den aktiven Heizbereich der Bahnen kreuzen dürfen. Die Kabel werden anschließend mit einer Verteilerbox zusammengefasst und mit einer Vagoklemme verbunden. Nun bleibt noch die Fixierung des Verteilers auf dem Fußboden. Für spätere Wartungszwecke empfiehlt sich die Beschriftung der Unterverteilung. Nachdem eine geeignete Position für den Thermostat gefunden wurde, markieren wir uns die Löcher und bohren diese mit einem Millimeter vor. Anschließend können wir die Grundplatte an der Wand befestigen. Was noch fehlt, ist die Öffnung, um die Anschlusskabel durch die Wand in unser Thermostat zu führen. Wir erstellten hierfür ein Loch mit 12 mm Durchmesser. Anschließend werden die Kabel durch das Loch geführt und am Thermostat angeschlossen. Bitte darauf achten, dass die elektrische Installation des Thermostats nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden darf. An den mittleren beiden Anschlussklemmen befindet sich die Zuleitung, an den äußeren der geschaltete Ausgang zum Transformator. An der grünen Anschlussklemme wird der Bodensensor befestigt. An dem DIP-Schalter wird der Thermostat noch auf Grad Celsius eingestellt, der interne Sensor deaktiviert, der Bodensensor aktiviert und die Schaltleistung bestimmt. Anschließend können wir den Thermostaten montieren und mit der Verlegung des Bodensensors beginnen. Der Bodensensor muss mindestens 10 cm in die aktive Fläche hineinragen, um realistische Werte messen zu können. Zum guten Schluss fehlt noch die Montage und der Anschluss des Transformators. Mit dem beiliegenden Montagematerial kann er zum Beispiel auf dem Fußboden befestigt werden. Auch beim Transformator der Hinweis, dass die elektrische Installation nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden darf. Anschließend können die Kabel angeschlossen werden. Hier oben links sehen wir die zwei 24 Volt Ausgänge, welche mit den Heizbahnen verbunden werden. Die rechte Anschlussstelle ist für den Eingang für die geschaltete Zuleitung aus dem Thermostaten. Abschließend wird das Gehäuse des Transformators noch mit dem Deckel verschlossen und zugeschraubt. Auch beim Transformator empfiehlt sich die Beschriftung des Deckels, um im späteren Fall durch die Elektroinstallation einfacher durchzublicken. Nachdem die Elektroinstallation abgeschlossen ist, können wir die Inbetriebssetzung starten und die Stromversorgung einschalten. Der Thermostat zeigt die aktuelle Bodentemperatur an und mit dem Drehregler kann man die gewünschte Temperatur einstellen. Unten links am Thermostat befindet sich der Ein- und Ausschalter für die Fußbodenheizung. Unten rechts befindet sich der Temperatursensor für die Raumlufttemperatur. Nachdem die Anlage in Betrieb genommen wurde und ca. eine Stunde betrieben wurde, machen wir nun eine abschließende Temperaturmessung nach einer ca. einstündigen Aufheizzeit. Die Außentemperatur beträgt auch hier etwa vergleichbare 9 Grad Celsius. Die Deckentemperatur beträgt auch bei dieser Messung ca. 24 Grad, wobei sich die Fußbodentemperatur nun deutlich geändert hat. Anhand der Temperaturen kann man schön erkennen, wo sich die Heizfilme befinden und wo eben keine beheizte Fläche ist. Oberhalb der Fußbodenheizung messen wir regelmäßig zwischen 27 und 30 Grad Celsius. Dadurch, dass die Folienheizung den Boden an sich aufheizen, messen wir auch neben der aktiven Fläche noch eine ca. 10 Grad höhere Temperatur als bei der Messung ohne Fußbodenheizung. Betrug die Temperaturdifferenz zwischen Decke und Fußboden vorher ca. 10 Grad, hat der Fußboden eine identische Deckentemperatur oder ist sogar noch wärmer. Gerade im Sitzbereich ist die höhere Fußbodentemperatur deutlich zu merken und auch deutlich angenehmer. Bei Fragen oder Problemen mit den Materialien wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller, da dieses Video aus persönlichem Interesse und Informationszwecken jedoch in Absprache mit der Firma MieHeat Heizsysteme GmbH erstellt wurde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass diese Einbaudokumentation ähnliche Projekte zum Nachrüsten einer Fußbodenheizung in einem Wohnwagen erleichtert. Ich bedanke mich über die MieHeat Heizsysteme GmbH erstellt wurde. Und ich bedanke mich über die MieHeat Heizsysteme GmbH. Vielen Dank.